Wir sind zurück, dass nach zwei Games zwischen EcoPhoenix und White Lotus Esports Academy steht es 1 zu 1 zwischen den beiden, beides Matches, die sich relativ früh sehr eindeutig in eine oder andere Richtung entwickelt haben. Zuerst zugunsten von EcoPhoenix, dann zugunsten von White Lotus und jetzt kommt das dritte Match, der Decider. Und wir haben zum ersten Mal auch ein kleines bisschen was, ah ne, nevermind, ich wollte gerade schon sagen, wir haben ein kleines bisschen andere Bands, aber die beiden Teams haben einfach nur die Seiten gewechselt. Was aber auch schön ist, jetzt sehen wir mal wahrscheinlich ein bisschen was an Variationen. Ich bin gespannt, was EcoPhoenix diesmal first picken möchte, beziehungsweise noch White Lotus, das ist auch letztes Game, schon Red Side version. Doch sehen wir die gleichen Target Bands wie diesmal auch. Da bleibt man offensichtlich seiner Linie treu. Der J-For-Bahn, okay. Anpassung. Jetzt bin ich gespannt. Was nimmt man dafür alternativ als Jungle? Da wäre interessant, dass man ausgerechnet Jarvan rausnehmen kann. Ich hatte das Gefühl, den hatte man von White Lotus eigentlich durch wie kreativ gut unter Kontrolle, aber auch, aber auch EcoPhoenix respektiert den Jungler aus dem letzten Game. Nur nicht. Oh, diesmal wird die Syndra rausgenommen. Okay. Ihren eigenen first pick. Wir priorisieren diesen pick also doch so, so sehr. Das finde ich interessant. Schauen wir jetzt mal, wofür sie den first pick nutzen und es wird der Noctur einmal nicht gebannt und schon ist er gepickt. Erst, weil schließlich Eco diesmal gebannt hat. Klar, als sie eben, aber auch wie als sie auf Strong Side waren, also auf Red Side waren. Genau. Wie Eco als Antwort. Okay, wir sehen jetzt alles sehr high Prio. Jungle Pigs, Varus bekannt dafür, dass er eigentlich immer Lane Prio hat. und vielen Support zusammenklappt. Macht absolut Sinn. Aber es ist schön, dass hier scheinbar nochmal so ein richtiger Upset kommt. Beide Teams wollen mal was Neues ausprobieren zum letzten Spiel. Ja, wir sind ein bisschen Veränderung. Der Thresh diesmal gepickt für Eco. Ja, stimmt. Der Unfug war ja auch erstes Game, genau. Und da hat das ja ganz gut geklappt auf Zwifti, hat man den Nautilus von Ray relativ gut gecountert damit. Jetzt bin ich gespannt, ob hier die Antwort auf Varus kommt. Ja, mit Ash. Okay. Das sollte gut passen. Ash, gerade wieder sehr am Kommen. Habe ich auch lange nicht mehr als ADC auf der Botlink gesehen. Aber, ja, und da ist... Viele matchups gegen die ADCs, die ansonsten aktuell stark sind. Du kannst sowohl Shield-Bow als auch Witzend die Momentan wieder Solid-Send-Gruel benutzen. Und da kommt die Zoe. Zweiter, einer der Main Champs von Icebonk, wenn man an OPGG glauben kann. Und ein Champ, gegen den ich absolut unfähig bin zu spielen. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich die Mitte meide. Ja, ich denke, wir sehen jetzt schon, wie sich hier White Lotus in der Art Poke-Comp zusammensetzt. Und dann wahrscheinlich, sobald die Leute gepokt sind, schnell in den Ego reinzuspringen und die ganzen Resets zu bekommen. Ego weiß, man hat, also White Lotus hat Top-Lane-Strongside, das heißt, den Set will man so nicht nochmal lassen. Es ist auch ein, wenn man so auf die Champs guckt, die er bisher gespielt hat in den Matches, also Chugard und Gnar, ist das auch ein Champ, den du gegen keinen von beiden haben willst. Wenn also einer von denen gepickt werden soll, blind, ist das gut, den Set rauszunehmen. Velcos wird auch noch rausgeschmissen. Heißt, auch für Mountie wird man sich was Neues ausdecken müssen. Ja, Leona, sehr sinnvoller Bann, wenn man es mit Varos kombiniert. Wobei natürlich jetzt auch noch sehr viele andere Rollen-Supports auf den Werder. Man entscheidet sich für was etwas Disengagingeres, okay. Ja, Braum ist zumindest... Ich würde spontan behaupten, da könnte ein Gangplank gleich Top-Landler werden. Aber meine Worte. Braum ist auf jeden Fall keine schlechte Idee gegen Ash. Er blockt den großen Pfeil. Ash ist so ein Champ, der sehr viel auf schnelle Auto-Hits setzt, auf DPS. Auch da gegen Braum nicht verkehrt. Und noch dazu Immobil. Und Varos baut Halo-Flaid, das heißt, der kann schnell mit Braum die Passive stacken. Das stimmt, ja. Oriana wird für die Mitte gepickt, ist relativ safe. Gegen Zoe weiß ich gar nicht genau, wie sich dieses Match-Up zusammensetzt. Aber, ja, gegen Zoe ist, glaube ich, immer so ein bisschen so binär. Treff die Bubble, gewinnt sie den Trade. Kannst du hier auch statistisch kurz sagen? Tahm Kench, okay. Tahm Kench als Blind-Pick auf die Top-Lane und dann in den Voli-Bier. Oh, Tahm Kench ist ein super guter Blind-Pick. Ja. Tahm Kench ist ein sehr guter Blind-Pick. Sehr guter Weak-Side-Champion. Trotzdem gegen Voli-Bier wird er es nicht einfach haben. Max-Life-Damage, sehr viel Sustain. Und eine große Hitbox auf Tahm Kench, oder? Ah, okay. Er entscheidet sich nochmal um. Man nimmt den Mundo. Jetzt bin ich interessiert, weil er da gewinnt. Von den zwei Tanks, die sich gegenüberstehen und anlecken, beziehungsweise abwerfen. Ah. Das ist eine gute Frage. Allerdings hätte ich tatsächlich, also... Von ein paar Jahren hätte man gesagt, diese beiden Tanks werden sie ignorieren, die Wave-Proxien gegenseitig und dann einen Handshake machen. Heutzutage machen Tanks leider Schaden. Also werden wir mal sehen, wer wen als erstes umbringt. Also vielleicht sieht bei Lotus das anders, aber ich hätte den Voli-Bier zumindest in dem Top-Lane-Match-Up, so Face-to-Face, stärker gesehen als den Mundo. Voli-Bier ist ja ein super Lane-Bully, aber vielleicht ist das, ist das bei Mundo der Punkt, dass vielleicht der Kench ihn nicht ausreichend mobben kann und der Mundo dann eben zum Scalern kommt. Den Mundo musst du nämlich dann auch erstmal down-deepiersen. Ash baut so gerne Shield-Bow, hier in diesem Game kann sie nicht Shield-Bow bauen. Wenn sie Shield-Bow baut, wird der Mundo niemals Schaden nehmen. Das ist in der Tat warm. Es ist im Lead-Game ein ähnliches Problem wie Chogart, nur mit etwas weniger Burst-Damage und dafür mehr Mobility. Also ich finde die Kombination von Nocturne-Oriana-Ult sehr nützlich. Du kannst den Ball auf den Nocturne setzen, hast damit einen schönen Gage, auf welches Ziel auch immer du haben willst. Man muss dabei allerdings am Anfang relativ gut zusammenstehen. Das ist jetzt eine gute Frage, wenn sich Nocturne mit seinem Jump aus der Oriana-Ball-Range rausbewegt, dann dürfte er eigentlich direkt zurückglocken. Also das ist höchstens für Short-Range nützlich. Ja, du meinst, ob der, ja, kommt der zurück, wenn Hum-Pench kurzzeitig verschwindet, ne? Aber ich würde vermuten schon, ich würde vermuten, er bleibt drauf, aber das werden wir gleich sehen. Also ich finde, Eko hat einige gute Optionen, um den Gage zu nehmen, aber eben auch auf White Lotus Seite ist das gegeben. Ja, du hast es eben schon gesagt, man geht sehr auf Poke, man hat diesen Wildcard-Engage mit Zoe, man hat eben die Trouble-Bubble, wenn keine Minions da sind. Man hat Zoe-Varus, man hat die Catch-Potential mit Bubble und mit Varus-Ult. Und deswegen hätte ich auch gedacht, nachdem man jetzt so einen Disengaging-Support nimmt, dass du vielleicht einen Gangplank auf die Top-Lane setzt, um genau das gleiche weiterzumachen. Oh, vielen Dank, freut uns sehr für den Raid. 31 Personen, geiler Scheiß, habt ihr heute auch schon gespielt? Ja, es sind ja auch noch andere Playoffs, ganz viele Playoffs-Prime-League, vielleicht sind sie ja schon vorbei. Na, wie läuft's bei euch? Wir haben gewonnen. Lasst gerne mal was da, aber freut uns sehr. Ein bisschen Liebe geht raus nach Karlsruhe. Aber ich würde sagen, jetzt mit der Compti, weil die Lotus dann gebaut haben, sind sie sehr flexibel. Sie 2-0, ich sette dafür. Ja, hier könnt ihr jetzt was Spannendes sehen. 1 zu 1 steht es gerade. Mal schauen, was daraus jetzt wird. Ich bin ein bisschen scared von dem Viego, muss ich sagen. Der ist halt gegen den Nocturne, gegen den Tarn-Kent, ist der, glaube ich, ziemlich gut. Und der kann eben sich so ein bisschen hinter Mundo verstecken. Hinter Mundo und Braum, bis der Engager passiert ist. Und der hat ja relativ starkes Potenzial zum Aufräumen. So, wenn der Groupfight einmal angefangen hat. Da bin ich mal sehr gespannt. Die Teamfiles der Viego eigentlich sehr viel Spaß haben will. Weil er kann abwarten, bis durch den Poke die Gegner ein bisschen low sind. Der Mundo kann in Teamfight lange genug sollen, der Braum auch. Und dann sucht sich Viego genau den Moment aus, in dem er will, um die Resets zu kriegen und in Teamfight zu snowballen. Das ist ja sein Ding. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir die Coms angucke, dass hier relativ viel Pressure auf Stride liegt, dieses Game. Ich glaube sowieso, dass Jungle Mitte dieses ganze Spiel komplett entscheidet. Jungle Mitte wird hier das Allerwichtigste. Jungle Mitte ist sowieso immer das Wichtigste. Aber dieses Game umso mehr. Die wenigstens Energie zwischen den beiden dieses Game ist, entscheidet hier eigentlich alles. Man muss diese Lanes irgendwie nach vorne bringen und gucken, dass man da nicht individuell hinterherfällt. Sonst wird so ein Mundo zu einem absoluten Monster und ja, eben auch so eine Zoe wird unfassbar nervig. Ja, man sieht auch direkt schon, man sieht direkt schon die Reaktion von Echo auf die, also seht ihr gleich, wenn eines Tages OBS funktioniert. Aber wir haben Double Cleanse. Und die Gnite DP Kench gefällt mir. Der Junge hat Lust. So, drin sind wir. Wunderbar. Aber ja, drittes Game Echo Phoenix gegen White Lotus Esports Academy und es ist der Decider. Wir sehen auch Longsword Start auf dem Varus. Will also das bisschen, ja, den leichten Goldnachteil für Dorans nicht hinnehmen. Und dann lieber schneller auf die Items gehen. So wie die jetzt im ersten Game, wie White Lotus im ersten Game entschieden hat zu invaden, erwarten sie, dass sie jetzt reingehen. Raum ist super stark, Level 1. Mit Hate of Blades von Varus ist die Passive dann jetzt ganz, ganz schnell gestackt. Vielleicht hat Zoe noch Lust, Bubble da hinten anzuschälen. Wird aber nicht kommen. Die bleiben safe. Und wir werden mal schauen, wo sich Raven gleich hinbewegt. Man tanzt auch ein bisschen oben. Und das sieht dann nach einem Diagonal aus. Also, Stride will Top-to-Bot junglen und Raven in die exakt andere Richtung. Man muss also Anti-Smoke ein bisschen aufpassen. Mit Tahm kennt ja so dieses kleine Spezialfall, dass man den aufgrund seiner neuen W ohne Flash spielt. Und dafür ganz aggressiv mit Ignite. Also ähnlich wie jetzt zum Beispiel das selbe Setup wie bei einem Champ wie Camille beispielsweise. Aber es macht einen natürlich auch ein bisschen anfälliger. Denn der W ist zwar gut, aber er hat eben nicht ganz dieselbe, ja, er hat eben nicht dieselbe Intuitivität wie so ein Flash. Er braucht ein bisschen, er kann im Zweifelsfall gecancelt werden. Gut, jetzt nicht durch Viego oder Mundo. Aber man hat auf jeden Fall noch Gelegenheit, ihn quasi ultimativ zu canceln, indem man ihn umbringt in der Zeit. Das ist, glaube ich, so ungefähr eine Sekunde Wind-up. Eko hat Bot-Zeit gefaked holt. Also sie sind zu spät gekommen mit Absicht. Weil Lotus hat keine Information darüber, wo Nogt schon gestartet hat. Man tuscht doch erstmal rein, man will das Early-Level-2 sicher haben und die Wave crashen, damit das gleich wieder sich ausgleicht. Vielleicht noch ein, zwei Minions da mit den Nein. Auf der Top-Lade muss Cam Bezambi erstmal ein bisschen aufpassen, weil durch das Ignite und durch das starke Early-Game, was Tam Kench hat, kann das da sehr schnell aus der Kontrolle geraten, wenn man da Early die Fights sucht. Die Phoenix-Botline entscheidet sich mit dem H-Tisch im Grunde genommen. Wir spielen hier für Nogt schon. Wir wollen uns sicher sein, dass wir die Prio haben, um die Skattel zu gewährleisten. Wenn der Viego vielleicht nach unten geparft hätte, wäre das sehr, sehr wichtig gewesen. Demagressiv, so, erster Fight auf der Top-Line-Anti-Smoke gegen Cam Bezambi. Beide relativ low, Stun-Connected nicht und jetzt muss Anti-Smoke aufpassen. Oh, der Quieber wird noch an der Seite vorbei gefädelt und den Shield muss er irgendwann einsetzen. Ja, beziehungsweise, weil... Jo, klar, aber halt nur für einen Bruchteil davon. Gleichzeitig aber in der Mitte, schöner Engage, aber die Trouble-Bubble rettet Iceborg gerade so aus Leben. Flash wird geforst und damit der Mid-Laner. Spawn-White-Lotus in Sicherheit, aber gerade so. Schöner Gang von Stride. Aber durch diesen Fight hat Cam Bezambi sich Atom-Luft auf der Top-Lane verschafft und ist jetzt sogar... Hat er jetzt Lane-Prio. Und jetzt kommt der Contagang, Raven auf der Mitte, Stride ist aber dabei. Man hatte keine Vision, hat aber ein bisschen mitgerechnet, wollte kein Risiko eingehen. Und trennt sich deswegen wieder, ohne das Ganze in die Länge zu ziehen. Iceborg hat keinen Flash mehr, der muss jetzt gerade aufpassen. Mountie hat zwar keine Gnite, aber trotzdem, wenn man da unvorsichtig wird, reicht der Burst von so einer Oriana aus, um sich da einen Sneaky Kill zu holen. Aber die Pressure-Bot bleibt bestehen. Man hat jetzt natürlich gerade mit der Krabbe ein kleines bisschen verbesserte Vision. So, und jetzt war der Contra-Engage von Ray, wird von Thresh auf Abstand gehalten, schön gemacht. Und jetzt zieht man den Braum selber rein und der muss flashen. Schön gemacht von Swifty. Bis auf die early Gangs ist das Spiel am Anfang noch ein bisschen langsam gehalten. Beide Jungler wollen eigentlich erstmal sich ein bisschen farben wollen, beide auf das Level 6. Top-Lane wurde von beiden auch schon der TP benutzt. Das bedeutet, dass jetzt Kambizambi zwar ein bisschen den Sustain-Vorteil hat mit den Pods, aber trotzdem hat Anti-Smoke quasi einen freien Heal bekommen, nachdem er so weit hinten war. Schöner Grappy auf der Bot wieder von Swifty. Aber Ray hat natürlich den Shield-Ready und muss aufpassen, dass er da nicht selber ein bedringendes Gerät. Swifty nimmt mehr Schaden hier raus als Ray. Sorry, sucht schon. Ist aber zu langsam. Gneid ist auf beiden Seiten noch da. Und kein Heal, auch wichtig. Entkam der, kam nicht für Kamm-Kinch diese Woche schon einen Nerf raus? Oder kommt der noch? Ich habe das übersehen. Ich zeige euch ganz kurz die Patch-Nauts-Tabben, die ich noch offen habe. Ray macht auf den ganz Early-Levels ein kleines bisschen weniger Schaden mit seinem Passive und heilt sich ein bisschen weniger mit seinem Q. Aber nur um fünf weniger, also minimal. Ja, okay. Ray eben auf der Top-Lane gewesen, aber die Wave ist so konstant eingepusht, dass es da wenig zu holen gibt. Oh, Swifty, ein bisschen Harassment auf Voodoo, aber das gibt er in gleichen Teilen zurück. Wir sehen jetzt nach den ersten 6,5 Minuten, dass sich Vigo sowohl Level- als auch 8 CS-Lead erarbeitet hat. Ist ein bisschen schneller da im Clearen. Ja, ich weiß nicht, ob er eben in der Mitte da was geleecht hat, aber... Jedenfalls leechert sich gerade den Blooper. Ja, das ist auf jeden Fall unschön. Den zu klauen sind, 160 Gold haben und nicht haben. White Lotus-Botlane respektiert auch, wissen, dass ihr Jungler hier Top-Seite ist, halten die Wave ge-Frozen. Unter dem Risiko, dass vielleicht Nocturne hier jetzt Lust hätte, weiß ich nicht. Und man hat auch keine Vision in dem eigenen Jungle. Raven, äh, Stride wird da jetzt hochlaufen, ist noch nicht Level 6 und wird einen leeren Jungle vorfinden. Und Raven kann gleich einfach in seinen Bot-Seite-Jungle wieder gehen. Beziehungsweise er kann eigentlich sogar schauen, ob er Stride irgendwo im Jungle abfahren kann. Er hat jetzt keine Safe-Vision mehr. Vielleicht bitte hier mit der Ult. Könnte gehen, ja, und es reicht. Erster Kill geht an den, äh, geht an den Lego. Minimal Top-Lane. Sekunden später, nicht das First Blood bekommen. Aber das und der geclearte Jungle machen halt dann schon die erste, der erste Geldwerte Vorteil in diesem Match. 500 für White Lotus. Der eine Kill war für Lego, der andere für Tahm Kench. Wo hab ich ihn lieber? Ja. Das, das auch. Nur dieses, für, für, für so, für so Champs wie Viego ist das Schienen so viel besser geworden, seit sie das Mana runtergenommen haben. 700, 700 Gold für diesen Vorteil in Damage. Schöne, Dragon 1 sieht ihn, dass er Dragon startet. Das könnte entweder mit Harald beantwortet werden, wenn Stride darauf Lust hätte. Naja, bleibt aber lieber auf der Top-Lane. Schöne, Top-Gang. Bewegt sich jetzt runter, könnte er. Er hat sein Ultimate noch, aber man will Kampi Sembi da definitiv nicht diven. Und jetzt ist es vielleicht ein bisschen zu spät, um noch Harald anzufangen. Ja, scheint aber zu funktionieren. Bitte bisher, links extrem. Hotline hatte gerade geresettet von White Lotus. Man weiß, dass der Baros noch nicht da ist. Bitte bisher, komplett ausgeglichen. Farm is dead, even zwischen Iceborne und Mountie. Die tun sich nicht viel ohne die Jungler. Stride ist jetzt am Harald dran. Oh, Drowzee auf Swifty. Der geht auf Half-Life, aber noch nicht gefährlich. Jetzt kommt Kambesi zum Harald. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer den bekommen hat, aber ich glaube, es war Stride. Man muss jetzt gucken, dass man irgendwie den Mundo da bekommt. Raven ist nämlich auf dem Weg. Und auch das gesamte restliche Team. Timecatch wird da wegkommen. Schön gemacht. Der Harald gesichert und gerade noch so die eigene Haut gerettet. War aber knapp. Nächster. Ich sehe übrigens jetzt eine ganze 20 CS Lied im Vergleich mit Jego und Nocturne. Ja, läppert sich. Das ist im Grunde genommen der ganze Lied, den White Lotus aktuell hat. Alles ist quasi even. Kaum Unterschied, aber man hat 400 Gold für Kench, aber ganze 800 Gold für Jego. So, auf der Top-Band ist jetzt Antizmo ganz aggressiv. Er hat den Ignite nicht mehr, aber die Auto, jetzt könnte wird er erreichen, Kambesi, muss flashen. Und kommt damit dann noch raus. Ray auf der Mitte, kommt nicht nah genug, um da zu engagen. Jego hat extra seinen Rip-Up abgebrochen, um so weit zu kommen. Ja, aber jetzt ist es wieder. Das ist es direkt aus und das sollte ein Kill sein. Ohne Flash, ohne Ignite. Kambesi geht gar nicht mehr in die Nähe. Obwohl, man wartet sehr lang ab. So, weiß nicht. Man könnte zu lang. Ja, man hat tatsächlich einfach zu lang gewartet. Ja, aber das war einfach nicht sonderlich gut gemacht von White Lotus, muss man sagen. Da haben sie sich beide zu viel Zeit gelassen, um in die Offensive zu gehen. Das waren Mindgames quasi mit dem Tarm Kench. Weil Raven wollte den Stun nicht zu früh raussetzen. So, jetzt hat man aber den Harald in der Mitte. Platings, drei Leute am Start, genau. Und der nächsten Nocturne-Ult sollte Zoe wahrscheinlich sterben. Wenn sie jetzt keinen Flash hat. Oh mein Gott. Oh, wie schön, aber nein. Teleportiert nicht automatisch nach hinten hoch. Natürlich, natürlich. Denn we can't have nice things gleichzeitig. Ray und Voodoo sind auch dabei, unterstützen den Midlaner. Harald wurde gecleart mit minimalem Goldverlust. Also zwei Platings und wieder mal die ersten. Und Raven ist jetzt auch dabei. Hat aktuell kein Ult. Das ist tatsächlich für ein Dive. Das könnte tatsächlich sehr gut enden zu sehen. Die Mountie hat kein Mana. Und auch Stride ist low, der explodiert einfach. Das ist die Pick-Com, von der ich vorhin gesprochen habe. Mit dem Varus-Ult, mit dem Bubble oben drauf. Schöner Ult. Wenn man da ist noch einen Champion chained, hilft ihm das Welt-Shield in Nocturne auch nicht mehr viel. Schöner Ult von Sengakuji, hilft nur nix. Das ist jetzt ein Kill, der nur, dass es ein Gold wert ist und sonst nix. Können wir jetzt noch nix damit machen, aber das nimmt man ja trotzdem gerne mit. Leichter Gold-Lead, der sich langsam erhöht, aber hier ist noch nix gegessen in diesem Spiel. Ich bin einfach gespannt auf die nächste Nocturne-Ult, wo er sie wohl setzen wird. Er weiß, dass Mundo keinen Flash hat, er weiß, dass Icebon keinen Flash hat. Das Spiel allgemein deutlich friedlicher bisher als die letzten beiden. Halten ist mäßig wenig Action. Weil die Jungler länger brauchen, bevor sie hier stark sind. Day4 und Lee Sin, letztes Game, haben viel mehr Bock early on. Diego hat jetzt auch... Direkt in Level 2 Gang, hier sehen wir erstmal vielleicht nach dem zweiten Jungle-Clean. Weil Diego sitzt jetzt der erste Power-Spike, Martin Divine Sundra. Das wird insbesondere für den Tarm ungemütlich. Engage auf Mundo, der 4 wird zwar geblockt werden, aber danach ist es auch rum. Er geht low. Und jetzt könnte man gucken, ob man auf den Dive pusht. Mountie in der Mitte. Ich weiß ja nicht. Zwei dritte Life. Ich bin nicht glücklich damit, dass er das auf die Top-Lane setzt. Ich sehe nicht den Mehrwert daraus, den Mundo so sehr zu fokussen, wenn man die Saui fokussen könnte. Das Problem ist, dass es sehr schwer ist, den Mundo zu double-taggen, was CC angeht. Genau deshalb. Die Saui ohne Flash ist ein viel leichteres Ziel in dem Moment und so squishy, dass die ganze sehr gebürstet wird. Mit Mundo Ult ab ist der Knock-Up von Tarm Kench fast unmöglich zu treffen. Oh, Ignite wurde gesetzt, aber man kann rauslaufen. Er hat die Ult mit der Passiven überlebt, der Mundo. Er hat die Ult wegen seiner Passiven, die Tarm Kench Ult nicht abbekommen. Raven auf der Bot-Side, cleart erstmal Vision. Drake ist da. Und, boah, ist der Top-Lane-Enter. Es ist der Top-Lane-Enter, wir sind beide Ultra-Low vor diesem Turret. Ja, Zoe, halt weiter die Midlane-Prio. Nocturne hat seine Ult auf der Top-Lane besetzt und jetzt nicht wieder. Der Dragon ist wieder safe. So, jetzt ist Drake da, Ice-Funk hat alles einmal rausgenommen. Da könnte was... Nein, die Trouble-Bubble connectet wieder mit dem Stun, ist das der Kill auf den Nocturne. Ah, ganz unglückliches Timing hier für Stride und auch Swifty. Wird das Ganze nicht überleben. Ich finde, Wild Lotus setzt da seine Prioritäten einfach sinnvoller. Ja. Jetzt der Catch am Thresh war doch, würde ich ja sagen, unlucky, aber das mit dem Dragon ist ein Macro-Issue. Ja, du hast es eben schon gesagt. Dieser Ultimate auf der Top-Lane, das war so ein bisschen... Das hat die Bot-Zeit geöffnet für die Minute, die Wild Lotus hier brauchte, um den Drake zu machen und dann auch diese kleine Situation gerade. Und ja, der Mundo ist einfach kein gutes Gang-Target im Moment. Oder generell. Und er wird nur noch ein umso schlechteres Gang-Target, je länger das Spiel wird. Der Typ wird nur noch mehr HP haben. Anti-Smoke wieder mit Anathema's Chains Rush. Und für das Lay-Match-Up scheint sich das ja auch zu lohnen. Also damit kann er momentan ganz gut contesten kann, BSMB. Aber halt immer sobald Raven vorbeikommt, ist es halt vorbei. Und Ash entscheidet sich tatsächlich, Shield-Bow zu bauen. Ich habe mich schon gewundert, also Hail of Blades ist natürlich super toll, weil es im Early so viel stärker ist als das Lethal-Tempo, aber er entscheidet sich doch, weiter Shield-Bow zu bauen. Ich sehe nicht ganz, wie sie vorhat dem Mundo mehr als einen Schaden vor Autotech zu machen. Ganz knappe Trouble-Bubble auf dem Lane. Da hätte sich Ice-Bong fast den ersten Kill auf den ADC gepickt, aber Anti-Smoke ist gerade ganz alleine hier. Stun ist jetzt raus, das heißt, er kann rüberspringen und Stun in Sicherheit bringen. Herold wird man aber droppen müssen. Da ist die T-Lanta und denkt sich, was soll ich damit? Ich kann doch springen. Und ich, momentan, kann Eco nicht wirklich Fights nehmen. Oh, Flash wird geforst von Voodoo. Das macht Anti-Smoke gut, aber... Schaden, den T-Lanta. Ja, Raven ist wieder da. Raven ist wieder da und damit ist es vorbei. Der Kill geht drauf. Ganz später ein Geld von Stride. Er kriegt zwar den Kill, aber wird das auch mit dem eigenen Leben bezahlen. Dafür, denke ich, glaube ich, meine ich schätze ich. Der kommt tatsächlich nicht raus. Oh, die Yuriana hat ihn so gerettet. Mit dem Flash nach vorne, um mir mit der Ult nach hinten zu ziehen. Aber das ist so viel Investment dafür, nur dass man ein bisschen was denied. Im Prinzip kriegt man nichts, man findet trotzdem den Herald. Man hat zwei Kills abgegeben, alle an den Viego. Und auf der Botlane ist gleichzeitig Singakuji gegen Kambisambi gefallen. Sagt doch, das Jungle Mitte ist dieses Game halt einfach das Wichtigste und White Lotus stellt sich da besser an, die ich bin. Ja, genau das. Die spielen dieses Game einfach besser und ich glaube auch tatsächlich, dass es die Comp einfach mehr auszahlt. Ich glaube wirklich nicht, dass es dieses Game in Draft ist, aber der Meinung wäre ich nicht. Am Ende des Tages ist es für die bessere Insight, aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich diesen diesen Viego schon im Draft scary. Ja, das ist super, weil die Viego sieht, regnet sich immer. Was habe ich verkackt? Wieso habe ich nicht Viego gewandt? Na, aber halt einfach im Sinne von diesem Team. Jetzt noch einmal den Disrespect-Auto-Hit. Ob mich der Turret interessiert. Aber wie würde es das denn jetzt anstelle von Eco runterspielen, so für Fights beispielsweise? Weil momentan... Also, du willst mit Nocturne und Ersch irgendwas geben. Wir haben hier gerade den N-Gage von Anti-Smoke. Ah, er kriegt auch... Er schafft es auch da den Varus zu fressen, wartet sehr lange ab. Ignite wird geklenzt und damit wird er es noch überlegen, kriegt er vielleicht noch... Das ist schade, aber er hat die Vision bekommen. Vision hat er bekommen und damit könnte man sich gegebenenfalls sogar noch den Brown-1-Enter-Smoke bleibt sehr, sehr lange unterm Turret. Das wird knapp... Laterne, jetzt ist ihm das Leben schön gespielt. Schön gespielt von Stride. Ich würde es an der Stelle von Eco machen, so. Ja, gut, ne, das war jetzt geschenkt. Es ist nur zu gesagt, aber du willst Sachen picken. Genau das, was sie gemacht haben. Ja, ich würde es noch Ash mit einbeziehen. Ja, die Ash-Ult ist genau dafür gut. Du willst mit dem E-Scouten, wo ist der Viego, wo habe ich meine Ruhe und dann das entsprechende Ziel picken. Viego willst du, äh, nicht Viego, sondern Mundo willst du nicht picken, weil der Typ ist zu tanky. Bis du den umgebracht hast, sind alle da. Aber alles andere willst du mit der Nocturne-Ult und mit Orianna-Ult und mit Ash-Ult schön picken und bekommen. Genau das gleiche, was White Lotus ja auch vorhat, mit Varus-Ult, mit Album, mit Zoe-Bubble. So, und dann kriegt man Doppel-Charge raus vom Harald. In der Turret fällt beinahe. Oh, nice, Bonk. Trifft Stride mit der Trouble-Bubble und holt sich auch noch da den Kill. Ah, er hat, anfangs sage ich, nur drei Kills Unterschied. Also auch hier der Gold-Vorteil wieder vor allem durch Farmen auf dem, auf dem Jungle. Ja, guck dir mal die Mini-Map an und zähl mal, wie viele Turrets da für wen stehen. Ja. Allein die Map-Control, es ist schön, dass die Kills in etwa gleich sind. Viel ist das nicht. Oh, schöner Stand von Singakush, aber er schafft es noch. Oh Gott, er schafft es noch rüber zu jumpen. Dass man sowas nicht canceln kann, tiltet mich immer ein bisschen. Kann man Tahm Kench den Weg canceln? Ja, ne? Ja, wenn du ihn während des Stunts. Flash-Hook von Thresh kommt daneben. Trifft nicht gleichzeitig. Ich meine mich zu erinnern, das letzte Game auch schon gesehen zu haben. Ja, Bot-Lane-Turret gefallen. Jetzt hast du das Ding. Wenn du in die Zoe rein willst, musst du mit Trouble-Bubbles rechnen. Und mit, und solange du Division nicht hast, du wirst gepoket. Hier, die Ash hat jetzt schon keinen Spaß mehr. Der Burst ist so unangenehm. Die willst du an diesen Dragon herankommen. Ja. Und es ist die Mountain Soul, das heißt, es wird aus der Mountain Drake, das wird ein richtig unangenehmes Soul, wenn die... Egal, welches Team geht, aber insbesondere auf dem Viego. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, Mountain Soul wird für gewöhnlich ein bisschen unterschätzt. Im Endeffekt sind alle Souls ziemlich stark. Und in diesem Game spezifisch würde ich tatsächlich sagen, dass Mountain Soul sogar eine sehr gute Soul ist. Wird unterschätzt, sagst du? Um dieser P-Comp entgegenzuwirken. Ja, doch, schon. Ich dachte immer, dass... Also Ocean Soul und Infernal Soul sind die beiden, die du gerade haben willst. Cloud Soul ist das Lustige, was eigentlich fast nichts bringt. Und dann Mountain Soul ist so, naja, nehmen wir mit, warum nicht? Ehrlich gesagt, finde ich immer... Aber Ocean Soul mit dem dicken Schild hat schon ziemlich high value. Und gerade wenn du jetzt gegen so eine P-Comp spielst, ist dieses Schild und diese extra tankiness um diesen Pick dann vielleicht zu den einen so gut. Ich gehöre... Oh... Da geht der Tahm Ken Straussi, aber Raven kommt nicht mehr ganz dran. Ich gehöre ja zu den stetigen Verteidigern der Cloud Soul, wenn ich ehrlich bin. So viel Movement Speed nach dem N-Gage ist für viele Champs, glaube ich, deutlich nützlicher, als man meint. Um dran zu bleiben, gerade so für Off-Tanks. Aber ja, der Nutzen der anderen Souls ist deutlich genereller, so. Die lohnen sich halt prinzipiell für alle Champs. Der Coucher-Nutzen ist sehr spezifisch und insbesondere sehr Champions-spezifisch. So, Fight beginnt. Und am T2-Turid Mounty muss raus. Man kann mir um die Hand, 4 gegen 5. Und Kitzelt und es ihm egal ist. Kampersambi könnte fallen, aber ganz knapp trotzdem. Ray geht low, er fällt nicht ganz. Sonst kriegt man noch den Hit auf, man kriegt den Hit auf Singakuchi. Oh, shit, man hat ihn gerettet. Ja, naja, das hat er sich doch noch gelohnt. Und gleichzeitig auf der Botland ein Turret. Wir haben aber Braum und Mundo ganz schnell gestorben mit Crackenslay. Ja gut, das stimmt. Musste dich immer entscheiden. Die Frage, ob man muss hier jetzt aufpassen. Man hat das bisher ganz gut gedavt, der Turret fällt zwar trotzdem, aber sagen wir mal 1 zu 1 straight für ein Turret, wenn man so behind ist, kann man mal machen. Das ist tatsächlich der erste Turret für Eko. Also an der Front, White Lotus sehr dominant dieses Game. Engage, auch Icebonk, der muss flashen, um da rauszukommen. Du musst dir als Eko jetzt halt überleben, wie kann ich diese Soul noch denyen mit der Comp, die ich habe. Das heißt, sie müssen genau aufs richtige Timing gucken, vor dem Dragon wichtige Picks zu machen. Wenn sie zum Beispiel jetzt einen Pick machen, sind alle wieder respawned und es hat den ziemlich, also nicht nichts, aber es hat den Dragon nicht viel gebracht. Ja, Entersmoke probiert, das ist auf Ray drauf zu gehen und Ulf von Dräger Kushi geht ganz knapp vorbei, aber man bleibt dran. Zweiter Engagement, Entersmoke und Ray geht zwar low, aber nicht low genug und jetzt wird Entersmoke angegangen. Raven kriegt den Ult nicht mehr raus, er stirbt als erstes und man kriegt auch den zweiten Kill auf Ray noch, schön gemacht von Eko. Das ist super für Geld. Ja. Und jetzt in 30 Sekunden leben alle wieder und dann musst du trotzdem für Dragon das gleiche machen, das ist halt das Ding. Der Punkt ist, du musst den Pick schaffen vor Dragon. Das ist quasi die Schwierigkeit dabei. Oh ja, da hat Swifty Red seinen Grab versetzt und bezahlt dafür mit dem Leben. Ah, dafür gilt auch, wenn du jetzt stimmst, nicht so schlimm. Ich lebe es ja wieder für Dragon. Oh, die Bubble, die Bubble. Stride muss dazwischen gehen, aber Mann und Mann, Icebonk. Ich habe, glaube ich, noch keine gesehen, die daneben ging, dieses Game. Na, eine Minute, es wird langsam, knapp. Im Grunde genommen, jetzt geht es um die Wurst. Und welche Cooldons sind wieder ab? Sonocchin-Ult ist gleich wieder da, Threshold wird noch auf Cooldown sein. White Lotus hat nur Raum nicht, ansonsten alles. Items-Spikes. Soros hat noch keine zwei Items bekommen, wie der in der Gersh, aber die Zoe und die, ja, die ganze Topside von White Lotus ist einfach in den Spikes ahead. Ja, der Braum wird ready sein für, für den Fight. Als nächstes, solange White Lotus früher da ist, hat Echo halt ein großes Problem, weil sie in den Zoe reinfällt. Wird hier gecatcht, kann noch rausspringen, ja, auch Laterne ist dabei. Raven wartet, aber alleine will er sich da nicht entblößen. Half-Life auf den Supporter, wenn einmal so ein Meteor trifft. Und jetzt ist der Fight eröffnet. Ult wird gedockt von Viego, aber er lebt noch. Stride geht gleichzeitig rein und zieht sich direkt wieder zurück. Ult wurde gekontert. Enda-Smokes auf der Jagd nach Viego, aber da kommt er nicht so ganz ran. Halt sich jetzt an den Pflanzen. Von Echo ist aber fast alles low. Und jetzt ist Mundo da. Er rennt einfach hinterher. Dengakushi wird da auch nicht mehr wegkommen, das interessiert ihn nicht. Er haut ihn und dann nur regeneriert. Und Enda-Smoke ist in der Zeit im Kreis gelaufen auf der Jagd nach Raven. Und das hat einfach nichts gebracht, hat ihn nicht bekommen. Und ja, das war ein 3-0-Trade und man kriegt auch noch die Soul dafür. Das könnte man fast schon so ein bisschen als Vorentscheidung sehen. Gleichzeitig bewegt sich, bewegen die sich auch schon Richtung Baron. Klar, macht ja Sinn, ne? Und Baron könnte ein bisschen cocky sein, aber... Na, ne, Ecos Werkzeuge, um was dagegen zu machen, sind dann auch auf Rundern. Und er stirbt schneller, als ich das erwartet habe. Das hätte ich auch nicht getauscht. Sicher nicht vom Duskblade, Barus. Ich glaube, der Damage kommt tatsächlich vor Mundo, oder? Ja, und den 1-K-Zoe-Meteoriten. Aber... Na still, es muss von Mundo gekommen sein, hauptsächlich. Ich meine, Mundo macht immer deutlich mehr AD-Damage, als man meint, ne? Also er hat... Ich kann sagen, er hat mal an einen Cleaver gedacht. Der macht noch %-Markt-Zepäger hier. Er hat 180 Base plus... Ja, genau hier, 30%. 30% Current Health Magic Damage. Wahrscheinlich ist er capped am Baron, aber... Generell auch 500 gecapped bei Monstern. Aber das reicht ja auch dafür, dass das irgendwie 2-3 Sekunden Cooldown hat. Ah, langsam schließt sich ja ein bisschen das Fenster für E-Core. Man soll mal sagen, nicht langsam, aber das ist jetzt... Ich würde halt auch behaupten, dass man das Scaling-Game eher verliert, als gewinnt. Ja. Man unterschätzt immer, wie gut Varus scalt auf vielen Items, weil du 3 Sekunden Cooldown auf deinem Cooldown hast. Der so lange range hat, dass man nicht da ankommt. Nocturne fällt ab. Mundo scales sehr gut und Viego scales sehr gut. Nocturne hat aber ein Problem später. Time can't schon abfangen. Oh, wir haben gleichzeitig den Engage. Okay. Auf der Mid-Lane. Raven ist noch geführt, aber nicht lang genug, um dass man ihn da kriegt. Fight geht weiter. Anti-Smoke steht mit dem Swifty. Wird als erster fallen. Anti-Smoke bleibt dran. Kriegt immerhin Voodoo. Aber jetzt ist Raven da zum Aufräumen. Der erste Ult geht Anti-Smoke im Duell mit Ray. Er ist Icebox entschieden. Nö. Man überlässt Anti-Smoke einfach dem Supporter. Denn man muss den ja nicht töten. Man muss ihn nur davon abhalten, wegzugehen. Also ohne jetzt ein Replay zu haben, um das genau zu sehen, würde ich einfach behaupten, dass wahrscheinlich einfach das Gold fehlt. Wenn man da selbst nicht 7000 Gold behind ist. Momentan fehlen die Stats. Dann hätte das geklappt, wahrscheinlich. Es fehlen die Stats, man hat die Soul. Das hätte durchaus funktionieren können. Und ich glaube fast, dass man da durchmarschieren. Ja, mit welchem Waste-Nabel-Eco der Steffen. Orianna gegen Baron-Minions kannst du auch sparen. Aber man ist wieder defensiv. Na gut. Ich glaube auch nicht, dass sie die nicht nur in der Base verlieren würden. Man spielt es nicht, aber man hat ja auch keinen Zeitdruck. Ja, man hätte sich sogar das Risiko leisten können. Weil was für ein Eco machen, selbst wenn sie einen Clean-Up hinkriegen. Aber so hat man den Baron einfach eventuell noch für einen zweiten Push. Zumindest für den Anfang. Obwohl, nee, es könnte knapp werden. Aber man sieht irgendwie nie einen Timer für einen Baron. Dann siehst du In-Game, aber wenn ich jetzt auf den Leuten draufklicke, dann sehe ich es. Ja, 2,30 haben sie. Was war denn? 30 Step-Aaron gefallen. Aber so lange hält es nicht mehr. Ja, nee, nee. Jeder Thresh-Hook, den ich sehe, ist irgendwie in einem Moment und dem ist vollkommen egal. Das ist sehr schade. Ja, Swiftie hat nicht so viel Impact hier nach dem ersten Game gehabt. Ja, und jetzt muss einfach hier niemanden mehr respektieren. Ich nehme an, der hat seinen Namen. Der dürfte seine Anathemaß einfach auf der Ash haben. Und damit macht ihm keiner mehr relevanten Schaden. Das können wir ja ganz schnell rausfinden. Ja, dem ist so. Ja, so, man will die Top-Lane noch durchkriegen. Wieder Grab geht leider daneben. Und Echo ist schon teilweise auf Half-Life, bevor der Fight wirklich begonnen hat. Der Turret muss abgegeben werden. Ich glaube, das wird jetzt nur noch eine Sache der Zeit. Ice-Bong trifft die Trouble-Bubble. Sehr schön, wird zwar geklenzt, aber auch dafür. Der Meteor-Ult von Swiftie abgefangen. Und damit ist der auch schon cleanisch tot. Ult von Braum, jetzt raus. Ult von Ash, keinen sonderlich großen Effekt mehr. Der Strike geht rein. Hat Sunnias, nee, Ice-Bong hatte Sunnias dabei. Und Strike beide. Man trailt Kits und es zieht tatsächlich aus. Der E-Colus der Führer, hätte ich nicht gedacht. Es wird eine knappe Geschichte, aber man kriegt einen 3 zu 1 Trait daraus. Das ist stark. So, was, das schwule ich nochmal zurück. Also, ich weiß nicht ganz, ob es, es wird das Game vermutlich nicht entscheiden. Oder großartig drehen, denn es sind immer noch, äh, es sind immer noch anderthalb Nexus-Turrets dabei gefallen. Und auf lange Sicht sind die eben auch relevant. Ach, es ist krass, wie Anti-Smoke einfach weiter verfolgt. Eins gegen zwei, Mountie ist dabei und man sieht sich da wirklich noch. Das Problem ist, man kann nicht, ja gut, Ray hat sich jetzt aufgegeben, aber er sieht auch Voodoo noch. Der will den jetzt Turret-Diven, das könnte gefährlich werden. Der Varus, oh, wird gefressen, wird in Richtung der Oriana gebracht. Und damit reicht das schön gemacht, schön gemacht von Anti-Smoke. Ja, das hat Echo doch eigentlich sehr sinnvoll geteamfightet. Na, nur wieder unglücklich mit den Timern. Der Elder Dragon wird in einer Minute spawnen und bis dahin ist auch Voodoo wieder da. Mann, 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 Mann. Aber das macht doch Hoffnung. Es macht Hoffnung, also der Gold-Unterschied ist gar nicht mehr so groß, ne? Der ist nur kleiner geworden in der letzten Zeit. Der war zwischenzeitlich auf 5K und ich glaube sogar auf 8K. Jetzt sehen wir auch mal ein bisschen mehr Item-Spikes auf der Seite von Echo. Und mit dem Soul-Fight ginge da tatsächlich noch was, wenn man die Soul bekommt. Also klar, man muss immer noch durch sämtliche Turrets durch, ne? Ja, aber momentan ist es winnable auf einem Niveau, wo sich halt Echo schlichtweg keine Fehler erlauben darf. Aber solange sie das nicht tun, ist das ein schöner Hook jetzt, wo es mit hat, schöner Ult. Und da wird die Zoe rausgenommen. Raven muss über die Mauer gehen. Mit Verfolg von Stride, der das tatsächlich erstaunlich gut dueln kann. Jetzt erst kommt die Unterstützung und damit fällt Stride. Aber Anti-Smoke ist hinten drin. Gleichzeitig kann Bezambi, dem halt wirklich alles egal ist. Der tankt da easy 1 gegen 3. Und Raven ultet über den Hook rüber. Und damit dürfte der Group-Fight gelaufen sein. Anti-Smoke und Mountie als Letzte übrig. Man tradet 3 gegen 2. Nevermind, 4 gegen 2, wenn Mountie noch erwischt wird. Aber den kann man auch einfach ignorieren. Der ist low Mana, low Life. Ja, aber Anti-Smoke sieht sich da jetzt irgendwie. Ja, das ist ein 2-Face-Play. Ja. Damit ist das Ganze gegessen. Schade. Der Teamfight sah sehr winnable aus. Bis, ähm, er sah sehr, sehr winnable aus, bis man einmal den Blick runter gemacht hat in Mundo, der im 1 gegen 3 keinen Schaden genommen hat. Und ich glaube, die müssen nicht mal mehr selber sich hinbewegen, denn das wird ein Foto-Finish ohne einen einzigen Shemp. Oh boy. Oh, nah, die Minion-Way-Spawned. Das muss jemand mindestens noch bei den Nexus anpusten. Ja. Letzter Inhab. Ah, der braucht noch zu lang. Man reißt einfach wieder einen neuen ein. Und ja, da wird man so eine Defense nicht mehr hinkriegen. Da stehe ich zu, dass der Kraken-Slayer weiter sinnvoller wäre. Ja. Kraken-Slayer wäre gut gewesen. Das hast du ja schon von Anfang an gesagt. Äh. Dass das eine Abwägungssache war für Sengakuji. Und am Ende hat der Mundo dann diesen Groupfight entschieden. Irgendwie für das Team. Einfach nur durch seine Anwesenheit. Anyway. Mit Erfolg, Tiger. Ja. Anyway, well played White Lotus. Viel Erfolg im... Äh, viel Erfolg wünschen wir euch im weiteren Verlauf des Brackets. Vielleicht stößt man ja nochmal aufeinander. Ansonsten gut gespielt für die Ravens. Sie kriegen jetzt erstmal eine kleine Pause. Sind danach heute im zweiten Match im Losers Bracket. Das dürfte ungefähr um 18 Uhr hier losgehen. Und ja, bis dahin machen wir hier auch erstmal Päuschen. Ich weiß nicht ganz, ob ich den Stream laufen lasse. Und danach wird Raphael von Lorenz abgelöst. Ich danke dir, oder? Nicht? Ja, meines Wissens schon. Ah, okay. Ja, genau. Wirst du von Lorenz abgelöst. Ich danke dir ganz herzlich für den Co-Cast. Ich danke dir. War mir immer eine Freude. Und all euch andere sehen wir um 18 Uhr wieder und hoffen, dass die, äh, das Eco-Fenix dann ein Comeback hinlegt. Bis später. Bye-bye.